Ich habe jetzt jemanden engagiert, der ist eine Arztochter. Das ist ja gut, dann ruf sie dich auch zum Geburtstag an und so, dann mach ich mir da keinen Stress mehr. Wie lange willst du eigentlich bleiben? Ein Geschenk. Das ist eine richtig gute Käserei. I have to arrest you. So, und jetzt mach's bitte auf. Mit dem Schlüssel. I am Ambassador Erdmann. This is my secretary. Mr. Willst du mich fertig machen, oder was? I'm Tony, Tony, Tony Erdmann.